Herzlich Willkommen zurück bei Valiant Hearts. Hier oben ist mein Hund und den möchte ich gerne nach unten wieder bekommen. Was heißt wieder? Überhaupt mal. Damit der mich hier aus dieser Zwickmühle befreit. So. Ich gehe wieder nach hier hinten. Denn da hinten sehe ich, ich glaube, soll das ein Schalter sein? Das kann gut sein. Aber was soll dieses Fass hier? Da hinten kann ich mich ja wahrscheinlich durchgraben. Aber, Kumpel, steig doch. Achso, ja. Ah. Gibt es erstmal ein Weinchen. Gut, mehr aber auch nicht. Mit einem Wein retten wir. Retten wir alle. Zack. Erledigt. Da ist der Hebel. Da liegt noch was rum. Thunfisch. Sardinenkonserve. Okay, das... Ich finde die Infos zu diesen Gegenständen jetzt nicht so wirklich interessant. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, da ist er ja wieder. Hallo. Ja, fein. Jetzt aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Wobei ich natürlich auch so volle, unauffällige Kerl bin. Da ist er. Ha, ha. Es ist das denn. noch eine tür das ist ja wirklich das ganze moment hier das bringt im moment noch nicht so wirklich viel gehen wir erstmal hier hinten hin aber wo soll ich ihn hinbewegen nach ganz links was soll das sein ich weiß es gar nicht das sind ja lieder die kennt man heute noch gut dann gehen wir jetzt wieder dahin ach da vorne rechts kommt dieses rad dran verstehe schon ok hundi dann machst du mal das und ich schnappe mir dieses steuerrad oh es scheint schwer zu sein das ist ja ein karnevalslied nein ich wollte den hund nicht schlagen ich dachte ich könnte mich da durchbuddeln das würde ich doch dem lieben hundi nicht antun oh ja geil wir wollen das abschießen ich weiß natürlich wo ich hinschießen muss vielleicht gibt es ja noch ein paar interessante dinge ich damit treffen kann ne gut müssen wir wohl das haus treffen kein problem da so was der konnte sich retten Baron von Dorf war erneut entwischt, aber immerhin war es Emil gelungen, Medikamente für Freddy zu finden. Schon bald waren sie wieder unterwegs. Am Ende einer Irrfahrt, die sie bis nach Reims führte, stießen sie schließlich wieder auf die Spur des flüchtigen Barons und seines Zeppelins. Um, 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 um. Verdammt, ich bin hier unter und in diesem Turm gefangen. 1. Juni 1915. Raus nach Frankreich. Oh shit, da oben fallen Bomben. Das war ja nur ein kurzer Auftritt jetzt, ehrlich gesagt. Oh, Notre Dame. Ne, Quatsch, das müsste ja dann Paris sein. Sieht aber auch so ein bisschen mit diesen beiden Türmen da. Na gut, jetzt natürlich nicht mehr. Ach, ich wünsche es wieder. Die Kathedrale von Raus. Raus, das sich in der unumkämpften Zone befand, wurde wiederholt zum Fiel von Bombardements durch Zeppeline und Geschütze mit großer Reichweite. Ach, seht ihr mal, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der Erste Weltkrieg wäre wirklich nur so Grabenkrieg gewesen und so. Aber dass auch Städte bombardiert wurden, das wusste ich gar nicht. Ja, beim Abzug der Deutschen am 19. September 14 ging sogar die berühmte Kathedrale in Flammen auf. Während des Bombardements verlor die Johanna von Orléans Statue auf dem Vorplatz eine Hand. Sie wurde daraufhin abgebaut und den Katakomben in Sicherheit gebracht. Am Ende des Krieges lebten nur noch 1500 Menschen in Raus. Das Leben in den Städten. Im Krieg wurde nahezu die gesamte männliche Bevölkerung eingezogen und an die Front geschickt. Während Frauen, Kinder und ältere Leute in der Heimat, die für den Krieg notwendigen Waffen und Munition produzierten, was die Stellung der Frauen nach dem Krieg nachhaltig veränderte. Die Armee requirierte Lebensmittel und Vieh und an die Bevölkerung wurden Lebensmittelmarken verteilt, da viele Grundnahrungsmittel rationiert waren. Während die deutschen Städte von direkten Kampfhandlungen im Wesentlichen verschont blieben, war die Angst vor Bombardements in den belgischen und französischen Frontstädten allgegenwärtig. Okay, natürlich in Deutschland wurden die Städte nicht bombardiert, aber das wurde ja dann im Zweiten Weltkrieg umso deutlicher nachgeholt. Wo ist der Mann mit dem Hut? Wo ist meine Tochter? Der komische Franzose ist in die Kathedrale Vorausgegangen. Was sagst du? Wo ist mein Mann mit dem Schnuchbart? Da ist er. Oh, ich bin dort. Oh, tut mir leid. Probieren wir es erneut. Aber wir haben doch unseren Hund dabei. Der kann doch retten. Komm Hund, du bist ein Rettungshund. Los. Ich habe sie gerettet. Ich möchte dafür jetzt geadelt werden. Dieses Teil hier. Kirche. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Komm Hund. Nee, der Hund kann nicht mitschieben. Merkst du. SOS. Ich brauche einen Hebel. Ich habe einen. Zufällig dabei. Hä? Und nun? Und nun? Ah, ich konnte da runter gehen. Wir haben eine Hose. Und zwei Gegenstände habe ich bereits übersehen. Das ist natürlich sehr tragisch. Du bleibst da. Ey, du sollst da bleiben. So. Mach Sitz. Boah, wie schnell das geht. Der Hund müsste ja eigentlich kurz schlecht werden. Alle hin! So, dem werfe ich das jetzt hoch, oder? Nee, doch nicht. Oh, nee. Sag doch jetzt nicht, dass ich... Hä? Ich kann den... Mh, wie ärgerlich. Na gut, dann lassen wir unser Hundchen wieder runter. Ob ich dem den... Diesen, äh... Schalthebel geben muss? Ich weiß es nicht. Ich sehe, heißt hier. Hm, na tatsächlich. Was? So, Hundi. Und jetzt zeigen wir uns mal, wie technisch versiert du bist. Alle der Mann macht das. Okay, das wäre sonst aber... ein bisschen unlogisch gewesen, oder? Was? Hey! So, du kommst natürlich zurück. Oh! Okay. Sollte das so sein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, ich kann da eh nicht durch. Na gut, dann gehe ich auch mal nach hier oben. Dann gibt es doch bestimmt noch was zu entdecken, oder? Aha! Noch was gefunden. Ja, gut. Ich möchte dann auch wieder nach unten. Oh, was? Was war das denn jetzt? Ach, sowas Dummes, oder? Hm, also bitte. Kai, was machst du denn? Ah, der Hebel ist aber schon... Ach, wie praktisch, oder? So, mein lieber Mann. Jetzt können wir alle schieben. Was? Oje, wir brauchen ganz viele. Hier, verletzter Mann. Ach, in das Haus kann ich auch noch. Hm. Oh. Komm schon, Mädchen. Raus mit dir. Ich habe das Mädchen befreit. Ei, 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 ei. Gibt ja richtig viel zu tun. Ich bin zu nah an die Feuer gegangen. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Mit meinem Kochlöffel das Seil durchtrennen. Das ist aber echt unlogisch, oder? Egal, ich probiere es. Okay. Na gut, es geht nicht wirklich. Was machen wir denn da jetzt? Naja, ansonsten müssen wir einfach in der nächsten Folge gucken. Und dann werden wir dieses Rätsel hier mit Sicherheit lösen. Ist jetzt bestimmt nicht so schwer. Ich komme nur gerade nicht drauf. Hm. Aber das macht nichts. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.